So, und damit kann ich dann schneller minen. Ja, ich hab Haste-Effekt! Wuhu! Jo, hey, ho Leute und herzlich willkommen zur 27. Folge Minecraft Shine. In dieser Folge möchte ich euch kurz erzählen, dass es wieder ein Update gegeben hat. Und ich glaube, ja, es sieht so aus. Ja, der Edda ist wieder rausgepatcht worden von Nordop. Ich weiß nicht genau warum, er hat nur gemeint, es backt rum und ja, das Portal funktioniert nicht mehr. Wir können ja gerne mal zusammen probieren, ob wir es noch ankriegen. Nein, der Edda ist weg! Ich bin trauriglich! Oh, ich fand den Edda so geil! Und, ach Mann! Hey, nee! Naja, gut. Ähm, was ich in dieser Folge so ein bisschen noch machen wollte, eben wegen meinem Tablet hier. Oh, die Texturen haben sich geupdatet! Wow! Okay, das ist ein Mana-Tablet, hier. So, ich hab eure Kommentare gelesen, ne? Äh, und zwar sehr ausführlich. Und das Problem war, dieses Teil hier, das hat sich nie aufgefüllt. Ihr habt gesagt, ich muss es da reinwerfen. So, und dann Rechtsklick damit machen. So, und dann damit. Ich weiß es nur nicht, warum sich das nicht irgendwie auffüllt oder so. Also, das, das mit diesem Teil hier auf, auf dieses, aber das geht nicht. Also, ihr habt gesagt, ich muss mit dem Zauberstab, muss ich das irgendwie, keine Ahnung, machen. Aber, ah! Habt ihr gesehen? Ah! Ja! Ja, yo, 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 yo. Wir haben es hinbekommen. Okay, jetzt lässt sich hier, was, was, jetzt ist die ganze Mana, die ganze Mana ist jetzt da drin. Ich hab, ähm, nein, das wollte ich jetzt nicht so wirklich. Ich brauch jetzt mal den Mana-Blaster, denn jetzt testen wir mal was. Also, ich hab herausgefunden, Mana-Blaster ist keine Waffe oder so, sondern nur, um Mana zu transportieren. Wir können hier jetzt Mana reinschießen. So, genial. Guck mal, pam. Und pam. So, zack. Wuhu! Bis wieder alles da drin ist. So, wow. Es boostet sogar einen nach oben. So, ich weiß jetzt nicht. Pass mal auf, wenn ich mal... Wuhu! Das ist voll geil. Das sieht so richtig schön aus. So richtig episch. Und ich muss das irgendwie da reinbekommen. So. Pam. 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 Ja, gut. Ähm. Also, an sich tue ich das Ganze, äh... Nur... Also, dieses Teil ist nur da, um Mana zu transportieren. Wenn ich jetzt hier drauf schieße, dem Chocobo, dem passiert überhaupt nichts. Also, es ist keine Waffe. Ich dachte immer, das wäre eine Waffe. Aber das ist einfach nur zum Mana transportieren. Ähm. Ähm. Falls ich irgendwo mal irgendwie schnell Mana brauche oder so. Oder kann ich ja zum Beispiel hier drauf schießen dann. Dann ist da jetzt zum Beispiel Mana drin oder was weiß ich. Also, ähm... Ja. Jetzt ist halt das Problem. Ich habe das Mana da alles reingesaugt. Und das ist jetzt etwas blöd gelaufen. Jetzt, äh... Aber gut. Da ist immer noch ein Batzen drin. Keine Ahnung, woher das kommt. Äh... Weil wir heben uns das mal auf. Vielleicht brauchen wir das irgendwann mal, wenn wir auf Reisen gehen oder sonst was. So. Und dann hat mir jemand geschrieben noch. Ich soll, äh... Einen Ring of... Warte. Äh... Von Botania. Magna hätte es ja... Hier. Cordata. Oder was weiß ich. Diesen Ring hier, ähm... Brauche ich. Äh... Von Botania. Oder... Damit kann ich dann zum Beispiel was machen. Ich habe sogar eine Rune... Eine Wasserrune. Mana Steel Inga. Oh. Das kriegen wir sogar zusammen, Leute. Das probiere ich mal. Diesen Ring hat er gesagt, soll ich nutzen, um, äh... Da kann ich dann im Wasser atmen oder schneller schwimmen. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr auswendig. Aber naja. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Jetzt haben wir das hier zusammen. Jetzt brauche ich nur noch einen Fisch. Äh... Da haben wir einmal hier... Ne. Das ist der Kot. Warte mal. Was brauche ich dann? Hier. Salmon und Puffer. Salmon und Pufferfisch. Ja. Gut. Ähm... Wartet. Den finden wir. Wir haben bestimmt... Wir haben noch genug Fische. Hier. Einen Pufferfisch haben wir ja so... Schon... Äh... So ein Mal. So. Und jetzt brauchen wir noch einen Salmon. Salmon. Wo bist du? Komm. Ich hab... Nein. Das ist ein Kot. Ich will keinen Kot. Ich will einen Salmon. So. Mensch. Komm. Sag mal. Ich hab wirklich jeden Fisch. Aber keinen Salmon. Das ist etwas blöd. Denn... Hier haben wir einen Squid. Ja. Ne. Das ist jetzt... Nicht so prickelnd. Also wir können mal gucken, ob wir da hinten so einen Strider oder einen Tueller töten. Um einen Salmon zu bekommen. Oder ich guck mal bei Spark, ob der einen Salmon hat. Oder hier. Ja gut. Der Kollege kommt jetzt eh dann gleich hergelaufen. Ich geh trotzdem mal kurz zu Spark hier in die Bute. Denn ich will diesen Ring hier bekommen. Das wäre echt genial. Hast du einen Salmon? Salmon. Der hat hier... Was ist das Kot? Ne. Äh... Einen Salmon. Salmon. Einen Fisch brauch ich. Einen Fisch. Den Salmon Fisch. Komm. Den muss doch irgendeiner haben. Ach Mensch. Ich hätte gerne den Salmon. So. Dann könnte ich mir nämlich direkt diesen Ring machen. Und dann könnte ich direkt ausprobieren. Was genau. Und der dann kann. Joho. Mach mir halt. Aua. Mann. Wow. Ja. Ja. Ist hier ein Salmon dabei? Na? Ne. Nur Kot. Aber da füllt Essen auf. So ein Kot. Ne. So. Komm mal her. Komm mal her. Du Strider. Mit dir will ich ja auch noch so einiges anstellen. So ein Teil will ich zähmen, Leute. Das ist mein Traum. So ein Reittier hier zu haben. Ach komm. Du. Bitte drop einfach. Nein. Und du? Komm schon. Dropst du einen Kot? Ach. Hier unten sind ja noch ein Halten. Droppe Kot. Ich will, dass du Kot droppst. Mensch. Kein Kot. Schlimm. Schlimm mit dir. So. Ach Mensch. Warum können die kein Kot droppen? Das ist ja nicht mehr schön. Na gut. Dann werfen wir den Kot hier mal weg. Salmon. 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 Welche Mobs droppen den Salmon? Vielleicht da unten was? Hallo? Komm, wir tauchen mal kurz ab. So. Blub. Oh no. Pam. Pam. Die ist in dem Wasser halt mega stark. Oh. 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 Ich muss auftauchen. Ich muss auftauchen. Geh mal kurz weg. Ich muss auftauchen. Du Limme. Und. Ja. Kurz aufgetaucht. Und wo ist er denn? Da. Hast du Salmon? Hat er Salmon? Ist es Salmon? Nein. Das ist alles Kot. Och Mann. Ich brauche doch keinen Kot. Mensch. Frechheit. Ich brauche Kot. Mann. So. Komm. Au. Und. Mensch. Wo bekomme ich denn das am besten her? Ich habe sowas gar nicht. Hat Weißweiß vielleicht sowas oder so? Ich brauche unbedingt diesen Kot. Mann. Hier. Ne. Weißweiß hat noch gar nichts. Vielleicht hat Spark irgendwas in seiner Bude da. Mann. Hat er hier irgendwo Fisch? Äh. Ne. Der hat auch nur Salmon. Äh. Ne. Kot. Ich brauche aber den anderen Fisch. Mann. Aber ich brauche auch das da. So. Okay. Ähm. Wupp. So. Äh. Das ist jetzt etwas doof. Aber. Naja. Dann ist es halt so. Dass ich jetzt gerade keinen Salmon herbekomme. Ich bekomme nur Code. Aber. Was. Auch immer. Das ist. Bedeuten mal. Also. Ich hätte gerne diesen Ring hier auf jeden Fall. Hier Salmon. Stellt. Witches of. What. Was. Was. Was bist denn du? Hallöchen. Ja. Du. Ja. Schreien wir ein bisschen hier in der Gegend rum. Okay. Gute Nacht. Oh Mann. Ich brauche Fisch. Leute. Ich brauche Fisch. Oh Mann. Hätte ich doch nur Fisch. Aber was gibt es denn hier noch? Genau. Ähm. Mantle. Was kann der? Äh. Okay. Äh. Warte mal. Das hier könnte ich zum Beispiel auch craften. Das habe ich nämlich auch. Ich will jetzt irgendeinen Ring craften. Hier. Ein. Magnetizing Dingens. Äh. Okay. So ein Spiegel. So ein Mana Lens. Magnetation. Dann sammle ich wahrscheinlich sofort alles ein. Ähm. Kommen wir craften jetzt einfach mal. Rand Ring of Teleportation. Äh. Ne. Ich will das jetzt mal craften. Da brauche ich eine Gold Pickaxe. Komm. Wir craften uns jetzt einfach mal so einen Ring. So. Äh. Um. Äh. Zu gucken. Was die Ringe so drauf haben. Ein Gold habe ich ja schon mal. Unglaublich. Aber wahr. Vielleicht hat jemand anderes noch Gold. Ich brauche nämlich nur noch Gold für eine Pickaxe. Die. Äh. Erdruhne habe ich ja schon. Ich brauche nur noch Gold. Eine Gold Pickaxe. Ja gut. Dann gucken wir mal nach zwei Goldingels. Mann. Ich will jetzt so einen Ring machen. Von Botania. Aber. Da fehlt mir erstens ein Salmon. Und zweitens fehlt mir dann noch. Ah. Vielleicht hat das Geld noch was. So. Komm mal her. So. Skate. Hast du hier was? For me. Ähm. Hm. 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 Äh. Jetzt hätte ich mich fast gefreut. Äh. Er hat hier noch ein Gold. Hat er da noch irgendwo Gold. Oder ein Fisch. Mann. Ne. Hat er nicht. Hat er nicht. Hat er tatsächlich nicht. Sind da so drin. Ich brauche nur noch ein Gold. Was ist da? Dieser eine Fisch fehlt. Entweder der Fisch. Oder jetzt noch ein Gold. Ah. Mann. Ähm. Das sind acht Gold. In Götz. Da brauche ich aber neun. Mist. Oh. Mann. Oh. Mann. Vielleicht hat Spark noch ein Gold. Ich will jetzt so einen Ring craften. Noch in dieser Folge. Das wäre so toll. Mann. Brauche Gold. Ach guck mal da. Ein Gold noch. Zack. Und dann crafte ich mir jetzt direkt so. Zack. Zack. Und. Zack. Das hier. So. Jetzt muss ich mich wieder nach Hause tippen. So. Und so. Gut. Und dann hole ich mir die Erdruhne noch raus. So. Äh. Ne halt. Die Erdruhne ist da. Und fangen wir einfach mal da rein. So. Und jetzt crafte ich mir so einen Ring. So. Zack. 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 Warte mal. Was kann denn das da? Was ist das hier? Wie heißt das? Mana Steel Shears. Ne. Die würde ich eh nicht machen. So. Dann kommt A einmal das hin. Und da einmal das hin. So. Und jetzt will ich wissen, was dieser Ring kann. So. Wir drücken B. Äh. Was? Ne. Äh. Äh. Du musst hier hinklicken. Gell. So. Und den Ring. Packe ich. Dahin. Okay. Und was genau? Nein! Ernsthaft? Meine Hose ist kaputt. Und mein. Lol. Warum sind die kaputt? Die können doch nicht so schnell kaputt gehen. Alter. Die eine Hose da. Die ich äh. Aus dem Adder hab. Ah ne. Halt. Ich Idiot. Der Adder wurde ja rausgepatcht. Deswegen fehlt die Hose. Oh mein Gott. Alle mal ein Hashtag Facepalm in die Kommentare dafür. Jo. 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 Ist ja logisch. Ne. Oh Mann. Aber was dieser Ring genau kann. Äh. Das gucken wir mal am besten im Lexiker Botanian nach. Und hier Baubilds. Ring of Mantle. So. Allows one to mine faster while equip and mana is present in the inventory. Ah. Okay. It'll give a haste effect. Ah. Okay. Äh. Und Mana wird gebraucht. Okay. Das heißt. Ich brauch dann wahrscheinlich das hier noch. Und damit kann ich dann schneller meinen. Ja. Ich hab haste effect. Wuhu. Haste 2. Das ist richtig gut. Und äh. Also ich brauche Mana. Dazu brauche ich dieses Mana Tablet. Jetzt raff ich das Ganze. Leute. Ich hab's geschnallt. Wow. Leute. Wenn ihr das jetzt auch gerafft habt. Dann könnt ihr dem Video gerne einen Daumen hoch geben. Gebt Tipps und Tricks weiter in die Kommentare. Ihr wisst. Ich bin ein bisschen doom. Aber. Äh. Was soll's. Pam. Haut es da mal raus. Und ich will, dass das da. Ja. Es funktioniert. Gut. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben. Ich muss da näher rangehen. Und dann kann ich das Zeug hier am besten reinmachen. So. Das da ist ähm. Das da kommt da rein. Und. Komm. Dann wird die Dirtkiste. Wird dann einfach hier. Da kommt. Jo. Da. Kommt der ganze Crab einfach rein. Würde ich sagen. Dann machen wir noch eine Holzkiste. Na gut. Da brauche ich erstmal einen Bilderrahmen. Erstmal einen Bilderrahmen. Äh. Zack. Und. Zack. So. Ach Mensch. Mach manch. Ach Mensch. Das wird. Äh. Ach. Ich hätte hier auch noch Gold gehabt. Fällt mir auf. Da. Ah. Das hier wollte ich noch in den Boden verbauen. Mensch. Ich hab noch so viel Zeug. Und das da kommt noch eh auf den Turm. Dann oben rauf. Ich packe da noch ein bisschen was unten rein. So. Wir können jetzt mal gucken. Den Haze Effect. Zack. 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 Okay. Es geht wirklich schneller. So. Zack. Und. Zack. Und. Zack. Dann kommt hier noch ein bisschen was rein. Okay. Es wirkt wirklich ein bisschen authentischer. Wenn ich hier noch zwischendrin so Stonebricks reinpacke. Das ist toll. So. Und Mana braucht sich da auch. noch ein bisschen auf. Sehe ich. Oder? Seht man das? Merkt man das ein bisschen? Ich weiß es jetzt nicht. So. Musst ihr mir sagen. So. 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 Okay. Dann bekommen wir hier in den Keller noch einen schönen Boden. Das macht mich schon so ein bisschen glücklich. So. Yeah. Ich hab einen Haze Effect. Juhu. Dass ich das noch irgendwie hinbekomme. Das ist ein Weltwunder. Und das muss gefeiert werden, Leute. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns in der Nekke. in der nächsten Folge. Und schreibt mir mal in die Kommentare, woher ich den Viehstar bekomme. Bis dann. Und tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.